Aus Unachtsamkeit empfiel einem Kavalerist, Dass ein Nagel fehlt, dass ein Hufeisen locker sitzt, Als dann das Hufeisen verloren ging, Sein Pferdchen an zu humpeln fing, Dem Soldaten war es noch nicht genug, Nein, er wurde nicht aus seinem Schaden klug, Er ritt sein Gaul zu Tode Und traf dann den Entschluss, Dass er wohl zu Fuß weiter marschieren muss. Plötzlich war der Feind am Horizont zu sehen, Mit Pferd wäre es leicht gewesen zu fliehen, Aber wie der Mann sich als hilfloses Ziel anbot, Entdeckte ihn der Feind und schoss ihn tot. Was ist die Moral von der Geschichte? Sorgfalt und Achtsamkeit sind Pflicht. Stimmengewirr